Hallo Leute, ich bin's Chris. Shit of WrennicBlog hat ja das Video Spongeboss die Wahrheit rausgebracht. Und da möchte ich von euch wissen, demaskiert sich Spongeboss oder wird er sich nicht demaskieren? Eure Meinung, die könnt ihr mir in den Kommentaren da lassen, auf Twitter oder auf Facebook, die Seiten sind verlinkt. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch noch ein Abo da lassen und wenn es euch gefallen hat, natürlich ein Däumchen hoch. Bis dann und dann. Tschüss. Tschüss.